Ich will mal die Angel in die Hand nehmen, also so mache ich das auf jeden Fall, du kannst ja auch was anderes in die Hand nehmen, aber ich werde die Waffe nicht zeigen, weil die Überraschung ist sehr sehr wichtig und sehr sehr stark. Sieht verdammt gut aus. Also vom Equip her haben wir jetzt nur noch das Problem, dass wir keine komplette, oh Gott, ich schraub mich gerade wegen dir. Vom Equip her haben wir nur das Problem, dass wir keine komplette Eisenrüstung haben. Ansonsten haben wir Equip-mäßig auch echt. Wie viele leben sie noch? Wir leben noch schon einige. MC Expert liegt auch noch, da müssen wir auch noch aufpassen, weil der ist auch nicht zu den Chat.